Spiel, Spaß und ganz viel Sport. Das alles gibt es beim SC Siemens Stadt. Der Sportverein lehnt alle Kinder bis acht Jahre zum großen Kids Aktivtag, um sich zu bewegen, auszuprobieren oder um sich einfach mal wieder so richtig auszutoben. Mir hat heute am besten gefallen die Vorstellung. Ich mag die Hüpfburg und mag klettern und rutschen. Ich fand die Hüpfburg cool, weil das richtig chaotisch war. So boom, boom, boom. Sport für alle lautet das Motto und um den Kindern den Sport näher zu bringen, haben sich die Trainerinnen und Trainer des SC Siemens Stadt etwas ganz Tolles einfallen lassen. Überall in der Turnhalle verteilt stehen viele bewegungsaktivierende Stationen, an denen sich die Kleinen ausprobieren können. Da wäre zum Beispiel der Bewegungs- und Turnbereich mit einer sogenannten Airtrackbahn, auf welcher bereits erste kleine Turnübungen absolviert werden können. So sollen Kinder bereits im Jungalter an den Sport herangeführt werden und den Verein besser kennenlernen. Wir haben ein extra Programm für kleine Kinder, das nennt sich SPATZ und da sammeln wir die und unser Kids-Aktiv ist quasi immer der Start. Start in die neue Saison, Start neue Kinder vom Sport zu begeistern, von verschiedenen Sportarten zu begeistern. Die Breite seiner Vielfalt präsentiert der Verein an zahlreichen weiteren Ständen. Egal ob Turnen, Rugby oder Rhönrad, beim SC Siemens Stadt ist für jeden etwas dabei. Und sogar die Erwachsenen können sich mal ausprobieren. Wir sind das erste Mal dabei, es macht riesen Spaß, es ist super anstrengend. Wir freuen uns auf die Kinder, die uns dann halt, sag ich mal, demnächst wahrscheinlich dann oder hoffentlich auch im Trainingsbetrieb besuchen. Für das richtige Bühnenprogramm sorgt das hauseigene Showteam Reverse. Und wer mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen. Neben den Sportaktivitäten können die Kinder sich schminken lassen oder an einer Tombola teilnehmen. So haben sowohl die Kleinen als auch die Großen einen spaßigen Tag erlebt, der in Erinnerung bleibt. Jedes Jahr ist es so, die Kinder freuen sich. Es muss jetzt einmal ausfallen, Corona-bedingt. Und jetzt haben wir es wieder und man sieht den Trubel ja im Hintergrund. Wir sind total froh, dass wir das jetzt anbieten können. Egal ob Bewegung, Probetraining oder um sich mal wieder richtig auszutoben. Der Kids-Aktiv-Tag des SC Siemens Stadt hat Spiel, Spaß und Freude bereitet und die nächste Generation kleiner Nachwuchssportlerinnen und Sportler gesichert.